talis 94 72 paris nord ist es 15 25 wir fahren den tgw duplex 200 cm 384,5 tonnen schwer 10 wagen 197,1 meter lang auf der strecke essen duisburg und damit herzlich willkommen zu dieser neuen folge von trainzimmer 3 denn ich spiele das wir werden heute diesen zug gefahren und zwar den tgw müssen dazu erst mal den ganzen zug aufrüsten das machen wir mal aus so dann müssen wir den zug den richtungsfelder nach vorne fliegen die türen öffnen dann machen wir den auf normal müssen das hierüber bestätigen so da machen wir uns hier die lichte an so da müssen wir natürlich die geschwindigkeit auf 40 vorwählen da müssen wir natürlich noch sicherungssysteme einstellen müssen fahrmodus genau dann sind wir eigentlich soweit abfahrbereit bis wir die türen schließen können und dann sind wir eigentlich soweit abfahrbereit unserem tgw schließen die türen die bremse und dann sollten wir eigentlich abfahren können dürfen müssen genau das ist der fall und der bar schaust das war von draußen an wunderschön und der schön 17 kilometer bis duisburg ich glaube dann kann man schon ein bisschen aufschalten denke ich wunderbar und der bar und dann dürfen wir auch gleich schon 130 dies ist übrigens der erste teil in dem wir bis essen fahren und im zweiten teil fahren wir dann von köln nach aachen weil dieser zug hatte das ziel paris paris nord um genau zu sein das können wir weiter aufschalten wunderschön einfach nur schön Einfach nur schön. Ach, einfach nur geil. Mit dem TGV nach Paris. Das einzige Manko ist, dass wir hier keinen Geschwindigkeitsrausch erleben. Aber vielleicht kommt das ja noch im zweiten Teil. Dieses Szenario stammt im Übrigen aus dem Creators Club und ist seit gestern online. Das war die Sifa. Das muss man mal ein bisschen langsamer werden hier. Das war 130. So, das hätten wir auch soweit geschafft. So, 100. So, das macht... Wollen wir hier durch den Bahnhof fahren? So, gleich 130 kmh, geht's schon. So, gleich 130 kmh, geht's schon. 150 kmh. So, gleich 130 kmh. So, 6 Kilometer noch bis Duisburg Hauptbahnhof mit dem TGW durchs Ruhegebiet, wunderbar. Habe ich nicht eigentlich beide Sicherheitssysteme eingestellt, verstehe ich jetzt nicht. Die C3. 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 Eingestellt So, verriegeln wir die Türen Und dann hat sich das So, das war der erste Teil Von Essen nach Duisburg Im nächsten Teil Gibt es dann den Teil von Köln nach Aachen Freut euch bis dahin Also freut euch darauf Bis dahin, macht's gut, habt eine schöne Zeit Euer der Danny spielt das Bis zum nächsten Mal Wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen noch um Da wenn nicht, dem macht wie immer gar nichts Passt auf euch auf, bleibt gesund Bleibt mir treu, euer Danny spielt das Bis zum nächsten Mal, ciao, servus und tschüss Haut rein, bye bye